Das haben wir jetzt auch eigentlich auf die Luke gemacht, das solltest du auch langsam raus haben. Ja. 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 Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ich guck einfach mal. Und das sieht nicht schlecht aus und das ist A+. Uh. Ich finde die Wiederholung heute besonders gut. Haben wir ja wunderbar in einer perfekten Zeit geschafft, würde ich sagen. Ja, damit müssen wir es eigentlich geschafft haben, oder? 83 Prozent, sieben Verbände fehlen. Ach du Kacke. Ich würde sagen, das ist mal wieder Zeit dann dafür, um irgendwo nachzugucken, wo und in welchem Level denn Verbände versteckt wären. Auf jeden Fall fehlen mir noch Warp Zones, das ist schon klar. Zwei Stück, das ist ein bisschen wenig. Aber hier gab es ja auch wieder Verwände, die nicht mit Meatball zu erreichen waren. Ich würde sagen, wir machen erst mal hier jetzt Chapter 4, die The Hell oder Kapitel 4, die Hölle. Und damit gehen wir ins vierte Level. Damit wahrscheinlich aber die zweite Hälfte. Und jetzt wird der von Dr. Fetus die Schlucht runtergeschossen. Ah, und jetzt fällt er in die Hölle, oder wie? Okay. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Wahrscheinlich kein Salz mehr. Lava und Kettensägen. Also Lava und alles Bekanntes. Okay, da kommt man wahrscheinlich nicht mit einem Sprung rüber. Das sieht zumindest nicht so aus. Mann. Ja, stelle ich mich ja schon mal sehr gut an hier. Das muss man sagen. Hallo. Oh, das ist natürlich wunderbar. Wunderbar. Ich merke schon, ich habe jetzt schon gefallen hier dran. So, ja. Geh mal hoch. Danke. Oh, das ist natürlich wunderbar. Das finde ich wunderschön, dieses Level. Mach jetzt. Mach jetzt hin hier. So, da drauf. Da rüber. Ach, du Kacke. Da rein. Das ist natürlich kein Abfluss. Elf Sekunden habe ich Zeit gehabt. Und zum Glück funktioniert es auch die Wiederholung. So langsam war ich aber nicht, mein Freund. Hier, hier, ja. Das wird dir nicht bescheißen hier, ja. Ich bin nicht in Zeitlupe gelaufen. Naja, ist jetzt ja auch egal. Level wiederholen. Hallo. Ich doch noch Level wiederholen. Ja, also. So ist schon besser. Ich wusste doch, dass man hier nicht ohne Grund aus der Höhe startet. Man kommt so nämlich genau auf den Zweiten. Oh, das kann man schaffen. Das ist möglich. So, so, so. Ja, dann spricht er natürlich mal wieder nicht. Ja. Ja. Ach. Das ist so ein Zentimeter, der da fehlt. Oh, wow, 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 wow. Wir nähern uns, glaube ich, an. Es kann auch sein, dass wir immer gleich springen. Aber ich glaube, dass wir uns annähern. Es ist theoretisch möglich, dass wir uns da vorne annähern. Ich glaube, dass da der Fleischtropfen an dem Stück da oben sich jetzt verändert hat. Ich laufe doch, so. Hallo. Ach. Ich glaube, ich lade jetzt gleich einfach drauf. Das sollte ja für A plus auch reichen. Ist vielleicht die beste Zeit, die ich theoretisch erreichen könnte. Ist mir dann auch egal. Solange A plus da ist, bin ich zufrieden. Ja, springen wir noch mal rein. Du bist fein. So ist brav. So. Ja. 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 Das ist A plus. Kein Verband gesehen, also nächstes Level. Okay, da geht's nicht weiter. Schade. So, komm mal her. Da oben sehe ich einen Verband. Verdammt, verdammt. Vielleicht das lieber mit einem anderen Charakter. Ich muss ja später immer irgendwas geben, was fliegen kann. Sonst führe mich ein paar Verbände hier irgendwie nicht zu erreichen. Ja, komm, fahr durch. So, ist fein. A plus, das war ja viel schwierig. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal. Vielleicht beim nächsten Mal ohne da vorne runter zu laufen. Oder ohne dieses... ...zahnraddingens dagegen zu rennen. Komm her jetzt. Bereist es langsam. Oh. Die Musik ist auch nicht schlecht. Oh. Da bin ich eben noch so dran gekommen. Oh, man. Der kannte, der die bestimmt nochmal abspringen müssen. Mach jetzt. Oh, da ist man aber wirklich nur eine Millisekunde dran an dem Ding. Mach jetzt. Boah, warum ist das denn so langsam? Ja, diesmal bin ich natürlich nicht dran gekommen, wo ich damit gerechnet habe, jetzt abzuspringen. Und das müsste jetzt eigentlich geschafft sein. Und das ist es auch. Nächstes Level. Ah, okay. Auf Schnelligkeit. Oh, ja. Spring jetzt. Oh, verdammt. Keine Abluss. Okay. Also schneller. Besten noch nicht abspringen, ja. Okay, darüber bringt nichts. Also auf dieser Seite bleiben. Das hatte ich schon mal ein richtig schlechter Beginn. Aber dafür lief es hier besser. Ah, verdammt. Irgendwie dann da gefehlt. Wenn nur die Ecke da oben das war, dann ist es schaffbar für mich. Ja. Es hätte fast funktioniert. Es waren wirklich nur 100 Sticks diesmal. Los, jetzt da hoch. Da hin. Da, da. Ja. Ja. So. Ja, mein Gott. Warum der jetzt immer wieder auf der Schräge landen muss, weiß ich auch nicht genau, aber... Jawohl. Nächstes Level. Oh. 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 Okay. 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 Schade. Oh. 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 Natürlich eben mal wieder beim ersten Versuch durchgeschafft. Und jetzt mal wieder hier schön verkacken. So kennt man das ja von mir. Beim ersten Versuch, wo man keine Ahnung hat, was einen erwartet, schafft man es natürlich sofort. Und danach will man einfach nochmal genauso machen und dann stirbt man 30.000 Mal. Lalalalalala. So. Mein Gott, wie soll das denn gehen? Ja, das ist bestimmt keine Zeit befasst. Kein Problem ist das. Komm jetzt. So. A plus. Na also. Nächstes. Okay. A plus. Nächstes. A plus. Schalalalalala... Hä? Ach du Kacke... Ja... Ich würd sagen erstmal A plus... Und dann versuchen den Verband da irgendwie... rauszubekommen... Ich mach das Löffel erstmal ganz schnell fertig, meine ich natürlich... Ganz schnell jetzt... Schaff ich jetzt... Weil das total einfach ist... So einfach, dass das Mikro da oben im Flug schon keine Lust mehr gehabt hat und sich einfach runterfallen lassen hat... Runterfallen lassen... Dann versuchen wir heute mal alles aus... Überall einmal lang springen... Das ist der effektivste Weg glaube ich... Ja genau... Springen wir einfach mal... Lieber unseren Verbandmädchen rüber... So... A plus haben wir... Jetzt noch... Der Versuch... Das Verband zu erobern... Wo bin ich denn da jetzt gestorben? Ich hab schon... Rüber zum Verband geguckt... Plötzlich ist er da oben gestorben... Der arme Meatboy dabei ist ja doch schon in der Hölle... Was soll denn hier noch passieren? Verdammt! Wie schnell soll man da denn sein? Verdammt! Ah... Ne... Ah, hier kann man rein, okay... Dann ist das Ding ja eigentlich nicht mehr schwierig... So... Nächste... Hä? 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 Das war A plus? Bisschen von Verband? Blö... Ich war doch so langsam... Wie kann das denn dann noch A plus sein? So, hier durch... Schneller, schneller... So... Schade... Hier hoch... Schneller, schneller... Schade... Hier hoch... Los... Schneller, schneller... Schade... Hier hoch... Los... Okay... Da kommt anscheinend nicht mehr viel anderes... Los... A plus... Da geht's... Was ist da? Ach du Kacke... Ach du Kacke... Wenn man zu dem Ding geht, den man da reinspringt, kommt man auch wieder raus... Ah... Okay... 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 Ah... Ah... Das war schon mal nicht schlecht... Naja... Versuchen wir das mal so... Ah... Ah... Okay... So... Ab... Das haben wir... Versuchen wir das weiter... So mal... Ah... So könnte natürlich auch funktionieren... Fast... 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 Und... Geschafft! Nächste Level... Ah... Okay... Stirb mal kurz... Okay... Na, da hab ich den Schlüssel vergessen... Hä? Ah... Ah... Okay... Jetzt hab ich's gerade gesehen... Ja... Stirb jetzt! Also... Hat's also gereicht, wenn man von unten rein... äh... Wenn man von oben rein springt... Das hab ich zu spät gesehen... Ich hätte jetzt gehört, dass man da irgendwie von oben rein muss... Muss man aber gar nicht... Ist eigentlich schade, weil ich das da gerade eben geschafft hatte... Ach... schade... Ja... Ja... Geht's hier hoch? Ja... Ich bin mit... Ja... Ich bin mit... Wir haben ja eh ein bisschen Zeit auf das Ding zu warten... Ja... Wie geht's hier hoch? Ja... Ich bin mit mit... Ja... Ich bin mit dem Schlüssel halt nicht mit... Wir haben ja eh ein bisschen Zeit auf das Ding zu warten... Aha... Ich hab keinen Verband gesehen... Also nächstes Level... Oh... Okay... A plus... Nächstes... Ah... Superschön... Die mag ich ja jetzt schon... Okay... Die werden mir noch viel Spaß bereiten... So... Natürlich... Ja... Ah... Okay... Ach... Wenn er jetzt noch verschwunden wäre... Dann wär's gar nicht schlecht gelaufen... Ach... Ach... Verdammt... Da hab ich natürlich richtig schlecht reagiert... Ja... Ja... Genau... Springen doch mal genau in dasselbe Loch... Du bist schlau... Meat Boy... Nein... Nein... Okay... Ich weiß auch nicht genau wie ich da richtig wieder rauskommen soll... Ja... Ja... So... Hä... Wie soll ich denn da wieder rauskommen... Verdammt... Ich versteh's irgendwie nicht ganz... Okay... So... Nein... Nein... So nicht... Ja... Fang an zu lecken... Das ist eine gute... Eine gute... Eine gute Zeitpunkt... Verdammt... Top... Kleines Vieh hier... Ich würde auch sagen... Dann können wir erstmal... Die Aufnahme für heute beenden... Weil so hat das ja keinen Sinn... Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder... An dieser Stelle würde ich sagen... Also... Bis dann... Und... Auf... Wiedersehen... Ja... Das war das Spiel... Bis dann... Und auf Wiedersehen...